Hallo ihr Lieben, ich bin es wieder, euer Herr Schuhu. Heute war ich für euch in einem Garten unterwegs und da habe ich Blumen gesammelt. Und schaut doch mal, was ich damit gemacht habe. Und außerdem habe ich auch noch ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und nächste Woche, da geht es dann noch einmal mit den Blumen von heute weiter. Also, bis zum nächsten Mal, euer Herr Schuhu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.